Wir dürfen uns auf jeden Fall... Aua, ich hab mich auf die Backe gefissen. Wir dürfen uns auf jeden Fall wieder in eine Schildkröte verwandeln. Nein! Ich bin ein Frosch! Dann darf ich aber nicht rein. Jetzt bin ich aber verwirrt. Oh Mann. Aber... Oh, ich bin so dumm. Drücke alle Kreisschalter schnell hintereinander. Ja, kleine schon wieder. Drück nicht auf die mit den Kreuzen. Quack! Okay. Hab ich gemacht. Oh Mann, ich möchte doch nur das Ding da oben haben. Dankeschön. So. Darf ich bitte wieder anders werden? Okay, da muss man so einen Dreiersprung machen, aber ich guck erstmal, ob es hier unten noch irgendwas gibt. Wenn nicht, bin ich sehr enttäuscht. Eine Blume, toll. Ich bin sehr enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht. Oh Mann. Sie hat quasi so eine Dreifach-Kombo. Geheimnis. Wollen wir mal gucken, dass ich das jetzt hier hinkriege. Ah, fast! Aber das will ich wenigstens nur hinkriegen, ey. Das wäre nämlich sehr schön, wenn wir jetzt alles hier auf 100% kriegen würden. Mann, weil er nicht gesprungen ist, der Pisser. Ah! War das nicht... Das war doch Pro, oder nicht? Und sogar ein Wampi. Geil. Ah, keine Animation. Warum wohl? Hm. Okay, ich versuche da... ...so hinzukommen. Das muss machbar sein. Ich möchte nicht den ganzen Weg nochmal laufen. Okay. So, hat das auch geklappt. Okay. 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 Ob wir da meinen Eltern damals bei dir geholfen haben? Würde ich jetzt mal gerne wissen. Okay, wir müssen hier anfangen, glaube ich. Nein! Oh, das ist, das ist... Oh, Kamera, hör auf, dich auf die Kacke da zu zentrieren. Oh, das ging ja, da hat man ja ziemlich viel Zeit gehabt. Hä? Aber ich dachte schon, das sah so aus wie das andere. Also ich muss schon sagen, das ist echt viel Abwechslung in dem Spiel. Da haben sie sich echt was einfallen lassen. Vor allem, ich weiß, dass es noch was gibt in dem Spiel. Komme ich da? Wie komme ich denn da dran? Oder muss ich ja auch wieder so ein Mega-Kombo machen? Oder bin ich gerade einfach nur dran vorbeigesprungen? Ne, jetzt hab ich ihn. Das ist schon cool. Nein! I need this! Das ist so dumm! Okay. Mein Kopfhörer drückt. Ah! Dezent. Moment. Einen Moment. So. So ist schon viel besser. Oder? Ich glaube, ich mach einfach mal die andere... Ah! Ah! Eine andere Ohrmuschel. Nein! Ja, ist okay. Das war's hier. Okay. Kriegen wir auch noch was, womit wir uns zurück verwandeln können? Bitte? Das wäre sehr nett. Kontrollpunkt. Oh. Oh. Aber wo sind denn hier Gegners? Weil hier gibt's ja keine 75... äh 75. Achso! Ich dachte, das wäre ein Gegner. Achso! Der ist sehr elixier! Gut. Alles klar. Das ist der Elixier. Ich bin wieder ein Lava! Oah! Das ist das hier. Nimm den Stein, bitte. Ah, wunderbar. Wunderbar. Was steht heute? Ja, das mit dem Küken... Moment, vielleicht müssen wir die auch so ummähen. Das kann irgendwie auch sein. Das habe ich ja bisher noch nicht probiert. Kommst du hier rüber? Kommst du hier? Oh! Okay. Auf der Steine. Hmm. Doch! Doch so! Oh, das sind eben gerade nicht... Ach, warf ich hier wieder irgendein Fehler? So wie jetzt gerade auch? Na gut. Dann müssen wir jetzt auch wieder die Küken kaputt machen. Oder die München. Was ist das denn? Oh, das ist ein... ein Käfer-Ding. Okay, den... Ah! Wie? Okay, man muss den einfach zweimal kaputt machen. Alles klar. Gut, ähm... Hm. War das das? Ich meine, das wäre irgendwo was anderes gewesen, weil das ist schon sehr offensichtlich, wie man da, glaube ich, hinkommt. Ich glaube, das könnte das aber auch sein. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Lecker! Was ist denn noch so ein... Ding? Also zweimal. Ganz einfach nur. Muss man nur aufpassen, dass man beim ersten Mal nicht kaputt gemacht wird. Okay. Ich glaube nicht, dass... das... Hey, Cusco! Hast du Hunger? Du und deinen Magen. Ich habe gehört, dass hier irgendwo ein roter Cusco-Stein ist. Ja, habe ich auch gesehen. Und für mich hast du nichts? Ich habe nichts gesehen. Ähm... 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 Darf ich meine Kamera... Bitte... Dankeschön. Hä? Okay. Aber vielleicht... Moment, vielleicht... Was steht heute zur Auswahl? Huch, der ging ja viel zu hoch. Ah! Guck mal! Booyah! Das ist jetzt immer noch das Gleiche? Ich muss doch essen! Aber das Essen hier ist schrecklich! Und? Den roten Cusco-Stein schon gefunden? Ja! Das ist ein Fisch, oder? Ich verschieße mal meine ganzen Trauben und hoffe einfach mal, dass wir jetzt da reinkommen. Nein! Das ist ein Fisch, oder? Das weil... Ich verstehe nicht, wofür das da ist. Aber wir haben unseren Cusco-Stein. So. Wir haben auch, glaube ich, alle Münzen gehabt, ne? Yay! Wir haben wieder alles! Juhu! Okay, Dschungeltag Kapitel 3 haben wir vollständig abgeschlossen. So, wenn wir jetzt auch noch das vierte Kapitel abschließen, ist... Super! Ach, guck mal! Es gibt sogar gar keinen Dschungeltag Kapitel 4. Gut. Wenn das so ist, dann würde ich sagen, machen wir für hier Schluss und wir werden uns dann überraschen lassen, was denn die Berge uns so bringen. Gut. Dann hoffe ich, euch hat die heutige Aufnahme gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!